Herr Bender, muss man bei Slow Food besonders langsam essen? Wäre nicht schlecht, weil dann schmeckt man vielleicht auch ein bisschen mehr, als wenn man es nur runterschlingt. Aber was hat es denn eigentlich zu bedeuten? Eigentlich ist es schon eine Gegenbewegung zu Fast Food in Bezug auf runterschlingen, auf keinen Wert legen auf Essen oder Trinken. Und da hat sich in Italien vor 30 Jahren eine Bewegung gegründet, die Spaß haben will am Essen, die wissen will, woher das Essen kommt und das auch wertschätzt. Und deswegen vielleicht einmal mehr kaut, als wenn man es nur schnell weg macht. Also man sieht ja jetzt hier noch nicht so viel von Ihrem Essen, aber was gibt es denn da alles? Also wir selbst sind keine Produzenten. Wir sind Leute, die regionale Produkte einfach nach vorne bringen wollen. Bei uns hier in Dortmund ist es ein bisschen schwierig. Wir haben auch Landwirtschaft. Wir besuchen bäuerliche Betriebe, wir besuchen Brauereien, wir besuchen Schnapsbrenner. Und versuchen Kontakte herzustellen zwischen Produzenten und Verbrauchern und bilden uns eine eigene Meinung über die Qualität der einzelnen Produkte. Das ist manchmal sehr unterschiedlich. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020